... Und er gewinnt den gesamten Weltkampf. Und er hat den Weltkampf gewonnen, den Weltkampf gewinnen. Von der Bahn, da ist jetzt der Busch Maxey. Wie gefällt es dir heute recht? Ja, heute ist er saugut. Ich bin ja mit meinen Spätschen da auf der Bahn. Da haben wir schon ein paar Prominente getroffen. Die haben wir gerade Meinung sagen müssen. Und haben Sie es gut aufgenommen, die Meinung? Ja, die haben es gut aufgenommen. Und vielleicht haben wir eine Entscheidung, dass wir mal ein bisschen was für Pech zu tun haben. Bei den Einzelsitzer sind wir ja Vierter geworden. Das war jetzt ein bisschen schade. Aber bei der Teamstaffel, was ist die Einschätzung? Da holen wir es heim. Da holen wir es heim? Ja, morgen schon. Okay, also morgen dann auf YouTube und jetzt noch viel Spaß auf der Bahn. Ja, danke schön. Beziehungsweise auch Festidee natürlich. Weil so schaut es sich rein. Das ist das Wichtigste. Genau. Gut, führt euch. Ja, führt euch. Genau, führt euch. Mit dem neu. Bein. Bitte. Ja, bei den ganzen lachen. Ja, sicher. Ja, sicher. Einmal. Ja, sicher. Ja, sicher. Ja, sicher. Ja, sicher. Ja, sicher. Ja, sicher. Wenn euch nicht mehr. Ja, sicher. Ja, sicher. Ja, sicher. Musik 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 Sechst Karte nach oben. Johannes Sofie, der neuen Stand, der kommt auf die Stenkel. Johannes Sofie